Rote Rosen Vorschau Folge 4074 Svenja will vor ihrem Termin bei dem Jugendamt mit Bella und Till klären, denn ihre Zukunft aussehen könnte. Dabei wird deutlich, dass Till sich nur tief von ihr zurückgesetzt fühlt. Svenja ist geschockt, dasjenige war ihr nicht klar. Dennoch will diese jene Kompetenz für jene Kinder übernehmen. Wollen Bella und Till dasjenige auch? Kurz vor Frankas Abreise hinter München fällt ihre Aushilfe in der Gärtnerei aus. Tina bietet an, Übergangsweise einzuspringen. Doch Valerie warnt Franka, Tina hat ein Auge auf Ben geworfen. Ist da welches dran? Amelies und Jorix Schäferstündchen findet ein abruptes Ende. Wie plötzlich Simon und Henny in dem Schlafzimmer stehen. Kurz darauf glaubt fälschlicherweise Halb Lüneburg, dass jene beiden schon von neuem ein Zweiermenge sind. Bella muss ihre letzte mündliche Abi-Begutachtung per Video ablegen. Aber dasjenige Rosenjaus hat ein Internetproblem. Da besuchen Eliella, Noah, aber besonders Elias zu Hilfe und diese besteht jene Begutachtung. Insgeheim hofft Elias, Bella auf eben jene Art einen Hosenschritt näher gekommen zu sein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020